Willkommen zu einem neuen Part zu Mario Kart 8, vorletzter Part. Schau beim Warten zu und mach dich bereit. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Okay. Du bist beim nächsten Winnen dabei. Ist er fertig? Ja oder? Okay, so lange warten mussten wir jetzt nicht, das werde ich dann auch nicht rausschneiden würde ich sagen. Oh, aber Wolkenstraße, ne ich bin zufällig, aber es wäre auch dafür Wolkenstraße und der Disco drum. Was gab es noch mal als anderes noch Vorschlag? Da gab es noch ein anderer Vorschlag. Hallo, Wolkenstraße. Ganz viele sind aber von Wolkenstraße und Disco drum. Ja, jeder. Okay, Wolkenstraße. Dann zocken wir das jetzt. Oh, es spielen auch Deutsche mit. Warte mal, sind das Abonnenten? Also es sind nicht Abonnenten, aber die die öfters meine Videos anschauen. Oh yeah. Geil, oh man. Also, oh wow, die ist aber gar nicht mal so schlecht. Oh Gott. Oh nein, es ist 200. Ne. Aber ich hätte... Oh Gott. Oh Gott. Ich glaube, hier werde ich jetzt noch mal abgekracht. Vorletzter Part. Vorletzter Part, denke ich mal, heißt vorletzter Part, weil hier noch mal die vorletzte Krise kommt. Oh Gott. No, Ian will ich aber jetzt mal den Gar ausmachen. Was ist der? Ah, da. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ian, oder wie auch immer du heißt. Ich mag dich nicht. Komm, die müssen wir jetzt aber abkloppen. Ich spiele sogar Mario. Oh Gott. Haha. Oh nein, ihr setzt den Goldbild ein. Oh Gott, oh Gott. Schnell, 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 schnell. Nächster Stern. Yay. Okay, und jetzt ganz schnell. Oh Gott, und jetzt. Okay. Okay. Vorletzter Part. Echt, 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 echt. Äh. Herz. Okay. Oh Gott. Komm, 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 komm. Ich... Ich... Nein! Okay. Nein. Oh, komm, 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 komm. 2 ist das Ziel wert. Bitte, bitte, bitte. Nein. Das kommt dann runter und ich bin 10er. Nein! Und als Zehntag krieg ich sogar auch noch einen Pilz! Hey, warum krieg ich einen Pilz? Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben? Vielleicht war das ja... Ey, da! Ich will jetzt nicht letzter werden, okay? Ey, also die Deutschen rasten echt jetzt aus. Die sagen, ah, die haben toll und die haben sonst immer gewonnen. Na, dann rächen wir uns doch mal an den. Aber Deutsche, die dürfen auch nicht gewinnen. Ah, der da, der Überkeiler. Der klingt ja witzig. Den können wir ein bisschen mal hergucken. Und das haben wir auch gut geschafft. Mit drei Pilzen schon wieder. Okay. Ah, da! Ja, ist echt verständlich. War ich letzter? Nein, einer war unter mir. Okay. Okay. Das war schon sehr... Gibt's doch noch auch nicht. Das war doch schon sehr hartes Rennen. Okay. Und deshalb bis zum nächsten Part. Zum letzten und ciao! Dann rein. Wir gehen.